Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu der 677. Dele Blocher-Sendung. Die Serie geht langsam zu Ende. Wenn ich sie jetzt im Sinne der Transparenz anschaue, sehe ich hier überall die Flecken. So ein Gorbatschow-Mall oben dran, hier auch bei den Brüllen. Was ist da passiert? Ja, etwas Dummes. Ein kleiner Unglückfall. Glück im Unglück. Wir waren in den Bergen, im Mengadin. Wunderschön. Und bei einem Abstieg, also nicht ein Bergsteigerabstieg, sondern ein Weg markiert, rot-weiss, also nicht gerade gell, ein bisschen schwieriger. Und dann bin ich durchab gelaufen. Es gab ein bisschen Felsen, ein Stein. Und dann bin ich mit dem Fuss hinten an einem Stein hängen geblieben. Und dann hat es mich gerade vorne rausgetächt auf den Boden. Stirn und Nase hat furchtbar ausgesehen und blutet. Nachher alles da oben blau und die Trippen ein wenig, ein wenig nicht gerade gequetscht, sondern ein wenig brellt, sagt der Doktor. Das tut weh, oder? Das tut weh. Ja. Und es ist jetzt aber wieder am Heilen. Wenn ich sage, Glück im Unglück, nichts gebrochen. Weder die Nase gebrochen, noch das Hirn überschädigt, oder? Also, es ist noch gut gegangen. Aber wie war das? Also, Sie sind mit dem Kopf auf den Stein gegangen, oder? Ja, vorne runter. Es ist eben gerade runtergegangen, dann geht man ja weiter runter, oder? Und, äh, weiss man nicht genau, wenn man, es gibt einen Klapp, und dann weiss man nicht genau, wie das ausgesehen hat. Die Brülle natürlich hatte ich auch an. Die ist, das ist jetzt nicht die Brülle. Die ist jetzt eine Öle. Ja, ja. Und, äh, hat dann eben da auf die Backen getestet, und durch das habe ich dann so blau gebeten müssen. Aber es ist jetzt praktisch vorbei. Ist Ihre Frau dabei gewesen? Ja, ja, die ist dabei gewesen, sie ist hinter mir gelaufen da. Hat natürlich einen Job gehabt, ja, ja. Ja, und dann natürlich, wie das die Frau hängt, hat sie gesagt, wieso aufstehen wir solche Wege? Aha, sie sind am Boden gelegen und hat sich dann noch rechtfertigen. Ja, oder? Ja, das ist halt so, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, du hast schon recht, aber jetzt müssen wir zuerst schauen, dass man da das Blut kann verbinden mit Nassdüchern, hat man dann das gemacht, oder? Aha. Sie haben schon mal einen Job gehabt, glaube ich, im Bundeshaus, oder? Ja, ja, das ist nicht der erste. Ja, ich habe es auch nicht der erste gewesen. Das habe ich, äh, ganz im Dummer gewesen dort. Ja, es ist im Bundeshaus im oberen Gang, es ist da dunkel gewesen. Ich habe nackt unter dem Arm gehabt, und dort hatte es Wasser auf dem Boden, weil es oben wie man den Dach hingeregnet hat, das haben sie nicht zugegeben, aber... Und dort hat es mich dann natürlich auf den nassen Boden rausgetächt. Und dann auf den heissen, äh, auf den nackten Boden ab, und dann habe ich dann die Nase gebrochen. Also das ist nichts Lustiges zu sehen. Bei sechs Leuten gibt es ja den Berühmten dort auf YouTube. Ja gut, dort hat aber nichts gemacht. Ja, der hat nichts gemacht, ja. Aber, aber gleich, äh, es ist schon Glückssache, wenn nichts passiert, oder? Ja, natürlich, ja. Überhaupt, das Leben ist eine Glückssache. Jeden Tag, wo man übersteht, unversehrt, ist es eigentlich eine Glückssache, oder? Ja, ja. Und die Leute, die Leute haben sie dann hier im Engadie, wo sie da am Boden gelegen sind, oder? Ja, es hat keine Leute gehabt. Es ist niemand gekommen, es ist niemand vorbei gekommen? Nein, nein, es war ein abgelegener Weg, also... Ich bin gerade auf der Autobahn gewesen. Also, ich wünsche ihnen eine gute Genesung, also... Das, was am meisten wehtut, ist das, was man nicht sieht, das sind Trippen, oder? Ja, das sind Trippen, vor allem die Nacht, wenn man lebt. Das ist ja so, aber wenn es schlimm ist, haben wir auch Schmerztabletten, oder? Nein, nein, es sieht jetzt etwas dumm aus, aber es kommt wieder. Werden wir auch überleben. Schauen wir zurück. Gestern ist Helmut Hubacher, ich mache jetzt einen grösseren Wechsel, verstorben. Das war ja eine Figur, wo Sie nach Bern kamen, glaube ich. Eine dominante Figur im Parlament, oder? Ja, ja. Er war auch 14 Jahre älter, also eine andere Generation. Er war erstens älter und zweieins, er war schon länger im Parlament, oder? Wo ich kam, und er hat die Sozialdemokratische Partei sehr profiliert geführt. Da gibt es nichts zu wollen. Er hat immer die Bürgerlichen verschreckt. Das heisst, sie haben sich auch verschrecken lassen. Er hat einmal gesagt später zu mir, bei den meisten Volksinitiativen haben wir verloren. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Nämlich, die Bürgerlichen haben meistens so ein bisschen die Bitte nachgegeben vorhanden. Dann war dort der Gegenvorschlag. Und der war auch noch gut genug. Und ich sagte, ja, das ist nicht ein verdienst, sondern ein verdienst von den Bürgerlichen, die immer nachgegeben haben. Und ich habe mit ihm natürlich sehr viele Auseinandersetzungen gehabt, profilierte Auseinandersetzungen. Ich habe ihn auch geschätzt als Gegner. Weil er war bestimmt, hart. Und er hat nicht immer während der Diskussion einen halben nachgegeben, dass man meint, er sei gerne eine halbe gleiche Meinung, und ich muss jetzt auch noch ein bisschen nachgeben. Sondern er hat seine Linie gegeben, profiliert und leidenschaftlich vertreten. Er hat dann auch nichts geschenkt. Er hat natürlich auch angehängt, also Schlötterchen angehängt und alles, was man hätte können. Aber das gibt ja schlussendlich gute Lösungen, wenn die verschiedenen Meinungen da sind. Und das hat es heute eigentlich in der Politik nicht mehr so profilierte Typen, die das machen. Das reicht nicht, dass einer eine Botschaft vertritt und der andere eine andere, weil es eine Parteibotschaft ist. Sondern er muss das auch ausführen können und argumentieren können. Und das konnte er. Wo waren denn die grossen Schlachten, die Sie hatten? Vor dem E-Währ noch, oder? Ja, vor dem E-Währ. Das war ja das Interessanteste. Natürlich die Energiepolitik ist da. Keine Kraftwerksdiskussion. Und das ist dann eben. Und jetzt kommt die andere Seite vom E-Wachen. Man hätte dann mit ihm auch einen Deal machen können, wenn es darauf ankommt. Also man hätte doch mit ihm reden können. Und ich sage, ich bin zufrieden nicht. Das ist auch ein Gettner von mir. Sondern... Nein, mit dem Gettner musst du ja reden können. Mit dem Gettner musst du ja einen Deal machen können. Mit dem Gleichgesinnten musst du ja keine machen. Und wo es darum ging, dass das Kraftwerk Kaiser Augst und das ist ja so ein Tempel gewesen. Von beiden Seiten. Die Befürworter von der Kernenergie, zu denen habe ich auch gehört. Die haben gesagt, das muss man unbedingt bauen. Und das muss man auch bauen, dass man sich durchsetzt. Gegenüber den anderen. Man könnte ja nicht nachgeben. Und die anderen Seiten, die dagegen waren, haben gesagt, das darf man unbedingt nicht bauen. Auch aus grundsätzlichen Gründen nicht. Und das wird gefährlich. Besonders ist es gar nicht mehr um die Energieproduktion gegangen, sondern um eine Grundsatzfrage. Soll man ein Projekt, das man angefangen hat, noch fertig bauen, oder sollte man ein Projekt, das wir am Anfang nicht wollten, das war die Gegenseite, soll man das jetzt bauen lassen oder nicht? Also, man hat ja gesagt, die Feuerworter muss halt die Armee aufbieten, damit man das bauen kann. Oder sich vorstellen, nur eine Sache, um Energie zu produzieren, die ja nicht eine überlebende Frage war, aber doch eine wichtige Frage für die Schweiz war, die Armee aufbieten. Und auf der anderen Seite haben sie gesagt, wir nehmen also einen Bürgerkrieg in Kauf, wenn sie das bauen. Also beide haben von diesem Projekt gelebt. Und ich bin dann zur Überzeugung gekommen, das war dann Ende der 80er Jahre, ja, man kann das Kraftwerk nicht mehr bauen. Das heißt, 10, 15 Jahre hat man jetzt hier gekämpft, auf beiden Seiten. Und das ist auch technisch veraltet. Ich habe dann gefragt, ich war dort in der Motor Kolumbus im Verwaltungsrohr, wo mich die Bankgesellschaft geholt hat und gesagt hat, wir sollten eine Industrielle haben in dieser Gesellschaft, ob ich mitmüche. Da habe ich einmal den Direktor gefragt, den Professor Potzi. Sie sagten, kann man das eigentlich bauen, das Kraftwerk technisch? Etwas, was man vor 15 Jahren planen, etwas ins Detail. Kann man das noch? Dann hat er gesagt, nein, das kann man nicht mehr. Das kann man gar nicht mehr bauen, sage ich, aber wenn man es nicht mehr bauen kann, dann müssen wir doch entweder ein neues machen oder stilllegen. Ich sagte, ja, technisch kann man das nicht mehr. Ich sage, gut, dann tun wir es jetzt stilllegen. Und dann habe ich gedacht, wie mache ich das? Dann habe ich eine Strategie gemacht. Dann habe ich gesagt, ja, jetzt rede ich mal mit dem Hubacher. Die sind ja immer, die haben gelebt von dieser Findschaft, oder? Es waren ja Demonstrationen und alles. Große, viele Bläuteneckere, glaube ich. Ja, ja, viele Bläuteneckere. Das war ein wührender Mann. Und dann habe ich ihm angerufen. Und dann kam er zu mir und sagte, ja, am besten ist, wir treffen uns bei mir im Büro, dann sieht man uns nicht gerade. Und dann kam er und dann habe ich ihm alles gesagt, aber bevor ich geredet habe, habe ich gesagt, die Bedingung ist, dass das, was wir hier besprechen, absolut geheim bleibt. Das darf nicht rauskommen, bis die Übung fertig ist, sonst verreckt sie. Dann hat er gesagt, sie könnte auf mein Wort zählen. Ja, gut, ich zähle jetzt drauf. Aber das hat man bekommen mit dem Hubacher, darauf zu zählen. Charakterlich hat er den verhebt. Und dann habe ich ihm die ganze Strategie erklärt, wir müssen das Projekt rausnehmen. Und das Projekt muss auch entschädigt werden, weil alle die Verträge, das sind also gerade die Milliarden, kommen dies aus Schadenersatz über. Jetzt müssen wir das so machen, dass der Bund eigentlich die verpflichtet, das stillzulegen. Und dann fällt die Schadenersatz vielleicht nicht an. Das ist eine höhere Gewalt. Und dann hat er gesagt, er finde das einen gangbaren Weg, aber Herr Blocher, ich kann nicht mitmachen. Müssen Sie mich verstehen? Das kann ich in den Parteien ja nicht verantworten. Dass wir, die sowieso gegen das Käfig sind, jetzt mit denen, die dafür sind, machen, dass man es stilllegt. Ich kann ihnen lediglich versprechen, wenn sie den Weg gehen, dann müssen sie als erstes die Freiseinigung und die CVP überzeugen. Wenn sie dort ein Bein finden, dann werde ich nicht dagegen opponieren. Ob die Partei nicht opponiert wird, kann ich nicht sagen, aber ich werde es nicht machen. Er hat sich daran gehalten. Und das sind dann die grossen politischen Sachen. Man kämpft gegeneinander, weil das ist richtig und das ist richtig. Und dann muss man eine Lösung suchen, wo man es richtig auf beiden Seiten nicht erfüllen kann, aber die im Ganzen gut rauskommt. Und diese Persönlichkeit war ja auch noch andere, kleinere Sachen, wo ich das erlebt habe. Und darum bewegt der Tod mich auch. Weil wenn man so lange miteinander, gegeneinander, kann man auch sagen, gearbeitet hat, dann bewegt das. Aber der Mensch und der Charakter ist halt immer noch etwas Wichtiges. Sie haben vor allem gesagt, der Herr Hubacher. Also Sie waren nicht im Politbetrieb. Im Politbetrieb ist man ja heute mit allen Perdue, oder? Nein, nein. Wir haben etwa vier Jahre nachher noch eine Diskussion gewesen mit der Zeitung. Ich weiss es nicht mehr recht. Was war das? Ähm... Und dann haben wir noch miteinander geredet. Er hat dort ja noch ein Buch geschrieben. Ja, über sie. Ja, über mich. Und dann haben wir noch eine Diskussion gesehen. Ja, gut. Und dann haben wir miteinander geredet. Er hat gesagt, ja, das ist ja auch interessant. Wir sind ja nicht einmal Perdue miteinander. Heute sind ja alle Nationalräte untereinander Perdue. Aber da ist das nicht selbstverständlich gewesen. Ich bin mit den meisten Sozialdemokraten. Nicht Perdue gewesen. Und nachher... Da habe ich gesagt, ja, das ist doch interessant. Und dann habe ich so als Aussage gesagt, ja, Sie sind ja die Eltern. Mhm. Das hat es mir ja nie abgebaut. Er sagte, ja, ich würde mich ja nicht trauen, einen Bundesrat zu tun. Sie sind ja die Höchere. Ich habe auch ein Witz gesagt, also. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, dann bleiben wir vielleicht wieder Perdue. Dann sind wir Perdue bleiben, oder? Ja, ja, ja. Hat das eigentlich bedurrt, dass er selber nie Bundesrat geworden ist, oder? Oder wissen Sie nicht? Nein, ich glaube, ich habe auch nie zur Diskussion gestanden. Er wollte ein Regierungsrat werden im Kanton Basel. Das hat ihn sehr getroffen, dass er nicht gewählt worden ist. Dass er in Basel nicht gewählt hat. Das hat ihn getroffen. Aber ich persönlich fand, er hätte es eigentlich verdient. Aber das war eine Episode gewesen. Beim Bundesrat wollte er ja, dass Frau Uchtenhagen, zum ersten Mal hat man da von einer Viererbanding geredet, im Nationalrat. Ja, Gerwig, Uchtenhagen. Ja, Gerwig und der Renschler. Ja. Die waren so die vier. Und einer von denen ist Frau Uchtenhagen. Und er hat gewonnen, da müsste jetzt die erste Frau sein im Bundesrat. Und die wollen, er hat es unbedingt. Und die Bürgerlichen wollte natürlich niemand von diesem Viererklub. Begreife ich ja. Und er ist ihnen dann gelungen, der Otto Stich, Alt-Nationalrat, der war hier schon einen Monat nicht mehr, und er konnte sie bewegen. Und die haben dann den Otto Stich gewählt. Und das konnte ihn auch wieder. Weil er fand, das sei eine hintertriebene Geschichte und so. Und jetzt sei fertig. Jetzt gehen die Sozialdemokraten zum Bundesrat aus. Begrifflich? Er sagte ja, wenn er unsere Leute nicht mehr wählen, dann gehen wir raus. Und er musste eine Parteiversammlung machen. Und da hat er seine Basis im Stich gelassen. Die haben gesagt, nein, nein, wir gehen nicht zum Bundesrat aus. Vor allem seine traditionellen SPÖ-Wähler. Die Arbeiter, so genannt. Also berufstätige Volk, kennt ihr die auch noch. Schon von früher her. Die haben gesagt, nein, wir wollen, dass er im Bundesrat bleibt und den Otto Stich. Den haben wir gerne. Der ist natürlich dann näher gestanden, als die intellektuelle Frau Huchtenhagen. Und das hat ihn dann auch wieder möglich. Da sind die eigenen Basis im Stich gelassen. Ich weiss noch, er hat dann gesagt, ja, die haben den Landsturm aufgebaut. Also militärischen Ausdruck. Die alten Soldaten, oder? Die sind gekommen und haben da eingestimmen gegen mich. Aber ich habe begriffen, dass er das wollte. Wir sind ja später in der Situation mit der Frau Wittmann Schlumpf. Aber bei uns hat er die Basis mitgemacht. Wir haben es dann anders gelöst. Wir haben gesagt, die haben die Partei ausgeschlossen. Dann hatten wir keinen Bundesrat mehr für eine kurze Zeit. Gehen Sie eine Beerdigung? Ja, wenn es eine Beerdigung gibt, ich weiss es gar nicht. Ich habe noch nichts gesehen. Ich werde auch keinen Todesansatz bekommen. Ich nehme es nicht an. Aber wenn es eine gibt, eine öffentliche Abteilung zu führen, gehe ich, wenn ich kann. Aber dann würde ich schon gehen können, ja. Gehen wir noch in die Realität zurück. Wir haben ja gleich noch, Politik findet ja gleich noch statt. Obwohl nicht wie andere, ja. Es sind ja grosse Geschichten. Natürlich Begrenzungsinitiative, Militärausgabe, Vaterschaft haben wir, Jagdgesetz haben wir, das Zürich Stadion. Also wirklich Wahnsinnssache. Jetzt noch zur Begrenzungsinitiative, Ihren neuen SVP-Präsidenten. Ist er schon gewählt oder noch nicht ganz? Nein, wenn er gewählt wird, wird er am Samstag gewählt. Eben, weiss ich nicht, ob der hier auch noch antritt? Ja, ja. Kann ja auch eine Auseinandersetzung geben. Er hat ja gesagt, dass die berühmte Rente da, das ist ja auch noch ein Thema gewesen, möglicherweise in Abstimmungskampf geht. Da weiss ich nicht. In der Rundschau hat er gesagt. Ich habe noch gesagt, das weiss ich nicht. Also ich habe gehört, er will ich gerne. Er würde also sympathisch finden. Ja, ja gut. Also das begreife ich auch. Also muss ich Ihnen sagen, ich erlebe jetzt mit Zuschriften die unglaubliche Innovationskraft, die so viele Leute haben, wie man das Geld von anderen Leuten ausgeben kann. Ja, ja. Was da alles für Ideen kommen, natürlich die meisten für sich selber. Ja, ja, ja. Aber ich muss sagen, die Rente haben Sie ja gar noch nicht, oder? Also man redet ja über Geld, von gar noch nicht. Erstens da und zweitens, also ich gebe natürlich keine Auskunft, es ist auch keine Rente, es ist eine Zahlung, ein Altersgut, eine Alterszahlung, weil es kommt einem nicht eine Rente rüber, wenn er alt ist, sondern wenn er zurücktritt als Bundesrat, kommt er die rüber, bis ans Lebensende. Ich habe das immer bemängelt, als Nationalrat, dann aber auch als Bundesrat, aber das Parlament und der Bundesrat wollten da nichts anderes. und jetzt steht die mir zu, was ich nicht mache, ist jetzt verzichten, für mich allein, und alle anderen beziehen es dann, als das geht nicht. Ja, aber eben, wie gesagt, das war nicht mit Ihnen abgesprochen, in der Rundschule. Nein, nein, ich wusste gar nicht, dass er das gesagt hat. Also, die Frage auch noch, ganz am Schluss noch, haben Sie den Eindruck auch, dass es jetzt eine politische flaue Zeit ist? Also, es gibt keine Diskussionen. Ja, die flaue Zeit ist einfach... Eine komische Zeit, oder? Ja, man hat das Gefühl, auch die Leute interessieren sich nicht mehr so für die Sache. Ich weiss nicht, auch war das das Lied. Das hängt vielleicht auch ein bisschen zusammen mit der neuen Kommunikationsmethode. Der ganze Tag, eine Viertelstunde ist etwas Neues, das über den Räder flitzt, oder? und sagt, oh, jetzt ist er gestorben, nach zehn Minuten weiss man das. Oh, jetzt ist er meist in Weissrussland. Das ist ja eine Frau, die jetzt an sich Stimmenmehrheit gegeben hat, aber der andere sagt, ich habe 80 Prozent, der kommt wieder. Das ist eine Begrenzungsinitiative. Ein sehr gutes Gutachten ist herausgekommen, das jetzt bestätigt, was wir schon lange vermutet haben, die Zuwanderung bringt einem Einzelnen gar nichts, sondern es ist ein Nachteil für die Einzelnen. Es hat Herr Tagesanzeiger geschrieben, es sei ein gekauftes Gutachter. Ja, ja, eben. Und die anderen Gutachter, wo sie sich darauf gestützt haben, darum ist es gut, ein europäisches. Die schweizerischen Gutachter sind natürlich, das stimmt auch, Gutachter sind in der Regel bricht die gut darauf achten, woher das Geld kommt, oder? Aber die... Ist der nicht spontan in den Kopf? Ja, das weiss ich nicht. Aber gut achten, oder? Ja, man achtet gut darauf. Aber die... Man kann es ja lesen, ich habe es jetzt gelesen, das verhebt auch. Und es bestätigt das, was man ja eigentlich selber auch gewusst hat, ob jetzt die Einzelzahl genau so stimmt, ob jetzt die Lohneinbussen 4,5 oder 4,4 Prozent, das ist jetzt nicht entscheidend. Aber es gibt auch wieder Lohneinbussen. Und die Steigerung vom Bruttoinlandprodukt, also von den Gütern und Dienstleistungen, die das ganze Land produziert, hat natürlich gestiegen mit vielen neuen Leuten, ist ja klar. Aber pro Kopf hat es abgenommen. Dem sagt man, die Produktivität ist gesunken. Und selbst wenn alle sieben bilateralen Verträge, oder sechs sind es ja dann, sechs bilateralen Verträge würden dahin fallen, wäre es noch ein Vorteil für die Schweiz gesamthaft. Und das zählen also Ökonomen, ist ein angesehenes Institut aus London fest. Und gekauft. Es ist ja so gewesen, dass die das so verkündet haben, bevor sie einen Auftrag hatten. Und die Stiftung Bürgerliche Politik, die hat dann scheinbar, ich habe da nicht gewusst, dass sie das machen, haben dann gesagt, ob sie nicht einen Bericht machen könnten und dass wir das bringen. Und das mit dem gekauft ist da der Fühlste, den man bringen kann. Vor allem, wenn man dann bei den anderen, die wirklich gekauft sind, weil man zuerst hingeht und sagt, wenn man die Fragestellungen so machen, dass es so rauskommt. Das ist also, nein. Aber dann kommt das auch wieder, aber dann geht es wieder einen Tag, dann kommt wieder irgendetwas Neues. und immer alles, also sofort, kurz mitteilig, also der Informationsreiz wird befriedigt, aber in Tiefe geht man eigentlich nicht mehr so. Dann lesen die Leute weniger Zeitungen, oder? Und dort sollten ja eigentlich ein bisschen tieferen Grundlagen kommen. Und dann gibt es natürlich eine allgemeine öffentliche Meinung, die einfach, das haben wir bei der Begrenzungsinitiative, jeder plappert das Zeug dann noch. Frau Wittmer-Schlumpf am Schluss macht noch die Pressekonferenz. Also was ist eigentlich? Ja, ja. Nicht Frau Wittmer-Schlumpf. Ah, Frau Keller-Sutter. Frau Keller-Sutter. Macht dann noch die Pressekonferenz mit dem Gewerkschaftsbund, mit der Economie Suisse, mit dem Arbeitgeberverband. Plötzlich ist der Bundesrat das Sprecher von diesen Verbänden. Also es geht alles ein bisschen aus den Fugen. das wird sich wahrscheinlich wieder ändern, weil man wird sehen, das kommt nicht gut raus. Und jetzt am 27 stehen ja grosse, wichtige Abstimmungen. Also können wir jetzt in der Zuwanderung selber bestimmen und da ist einfach zu viel, zu viel, dass das merken und wissen die Leute, oder müssen wir jetzt da vor der Europäischen Union eine Bückling machen und sagen, nein, nein, machen wir so, wenn ihr es wollen, machen wir. Nur weil da die Manager und die Gewerkschaften natürlich verdienen an der freien Personen Freizügigkeit. Es ist natürlich für den Unternehmer, und ich bin auch Unternehmer, viel einfacher, wenn man unter 500 Millionen auslesen kann, und dann den billigsten und den Bisch nehmen und wenn man nicht mehr braucht, wieder abstellen. Und für die Gewerkschaften, die haben ja flankierende Massnahmen, die kommen Millionen rüber, um das zu kontrollieren, aber die Leute werden im Stich gelassen und denen sagt man jetzt, pass auf, wenn ihr da ja stimmen bei der Begrenzungsinitiative ist es anders, dann ist der ganze Schutz von der Luft. Verteidigung steht infrage mit der Militärvorlage, die wir haben. Da geht es nicht um den Flieger, sondern sollen wir die Schweiz schützen können. Dann kommt der Unsinn mit den Vaterschaftsurlaub, damit einer zwei Wochen mehr kann, nur weil er ein Kind bekommt, und alle anderen sollen zahlen. Das sind doch Fragen, aber die können wir nicht recht führen. schnurren einfach jeden alles am anderen. Wir haben auf jeden Fall noch Stoff zum diskutieren bis zu dem berühmten 27. September. Das war Teleblocher. Ich wünsche Ihnen noch schöne Sommertäge, schönes Wochenende und freue mich, wenn Sie nächste Woche auch wieder dabei sind.